Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Hearthstone Guide. Heute möchte ich euch einmal ein Deck vorstellen, was aktuell im Wanket sehr oft gespielt wird. Es handelt sich um das Zoo Warlock Deck und stellen wir es doch einfach mal zusammen und dann spielen wir mal eine Runde damit. Gehen wir mal auf neues Deck, Warlock und schon geht es auch wieder los. Zweimal Seelenfeuer nehme ich mit rein, Seelenfeuer ist immer super stark die Karte. Was sich jetzt hier unterscheidet zu anderen Rushdecks vom Warlock ist, dass wir keine überwältigende Macht mit reinnehmen. Wir nehmen noch weltliche Ängste zweimal mit rein. Ach, ich nehme mal lieber die goldene Version, die hat mehr Power. Nein, nicht wirklich. Dann den Leerwandler zweimal. Flammenwichtel wieder zweimal. So, Höelenfeuer brauchen wir nicht. Aber wir brauchen noch Verdammniswache, Ansturm, Kampfschrei, werft zwei zufällige Karten ab. Die Sache ist halt die, mit einem Warlock Rushdeck ist es oft so, dass wir eh schon alle Karten aufs Board gelegt haben und dass wir mit den Karten arbeiten, die wir halt ziehen und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass wir halt Karten auf der Hand haben, wenn wir diese Karte legen. Daher ist die an sich wirklich sehr, sehr, sehr stark. Okay, das war es dann schon auch mit den charakterspezifischen Karten. Weiter geht es mit den normalen Karten. Da nehme ich die Agentum Knappen zweimal. Dann natürlich auch die junge Priesterin zweimal. Den Schildträger. Ich habe sogar eine goldene Version. Dann nehmen wir... Wo haben wir ihn denn? Da ist er nicht. So, natürlich Messer-Jungleur zweimal mit rein. Terrorwolf Alpha zweimal. Dann Blutelfen-Klerikerin. Auch immer eine Schnakekarte zum Hochwaffen. Dann Ernte-Golem ist immer super. So, zwei Monster am Eim für relativ wenig Mana. Und dann auch noch Scharlach-Rote-Fanatikerin. Auch an sich eine starke Karte. Vielleicht nicht unbedingt gegen einen Schaman, da er ja mit Erdschock die Karte mit einem kleinen Zauber töten kann, aber doch gegen andere Klassen relativ stark, da das Gottesschild halt immer dafür sorgt, dass man halt diese Karte mindestens zweimal angreifen muss, um sie zu vernichten. So, weiter geht's. Uns fehlt noch ein bisschen was. Einmal Leeroy. Auf jeden Fall. Man könnte auch, wenn ihr Leeroy noch nicht besitzt, da Leeroy ja eine legendäre Karte ist, könnt ihr auch zweimal die Verdammniswache reinnehmen. Würde auch klappen. So, dann natürlich auch Verteidiger von Argus. Buff dann nochmal benachbarte Gegner hoch. Und zu guter Letzt noch in Agentum-Kommandanten. So, damit wäre das Deck fertig. Ich packe euch das Deck natürlich wieder in die Informationsbox runter unter diesem Video. Ähm, da könnt ihr euch das Deck dann wieder auf Hearthead angucken. So, Deck ist fertig. Ich hab vergessen, dem Ganzen noch einen Namen zu geben. Zoo. Ach, wen nennt man? Der Zoo. Zack. Zack. Okay. Dann spiele ich mal noch eine Testrunde damit. Zack. So, okay. Ich bin gespannt. Mal schauen, ob ich die Runde gewinnen werde. Ich spiele natürlich Ranked. Wir wollen ja auf starke Gegner treffen. Natürlich gibt es auch starke Gegner im Non-Ranked. Aber die meisten spielen eigentlich in der Regel Ranked. So. Hexter gegen Hexter. Dann haben wir doch gute Chancen, dass wir auch auf ein gegnerisches Zoo-Deck stoßen. So. Junge Priesterin in der ersten Runde behalten. Finde ich eigentlich nicht so toll. Ich behalte die trotzdem mal und hoffe, dass ich noch eine zweite Einser-Karte ziehe. Äh. Kacke. Spiele ich die junge Priesterin trotzdem? Könnte man eigentlich machen. Ja, er spielt natürlich einen Blutwichtel. Was natürlich schon ganz schön scheiße ist. Aber ich spiele die trotzdem mal. Mal gucken. Er wird auch einen Zoo-Deck haben. Ich denke mir, er hat, äh... Er wird die mit einem Damage jetzt weghauen. Wenn er es auf der Hand hat. Ja. Äh. Warum überlegt er da so lange? War klar. Weltliche Ängste ist natürlich eine super Karte. Ich spiele. Dann... Gehe ich mal weiter. Und spiele die Schala-Rote. Ja, er wird dasselbe Deck haben wie ich. Also da seht ihr mal schon, wie beliebt das Deck ist. Also unabhängig davon, wer jetzt gewinnt. Das Zoo-Deck gewinnt hundertprozentig. Nee, doch nicht. Ein bisschen anders. Mit Armani-Berserker. Oh, da haut er mir aber schon echt viel Schaden rein. Na gut. Ähm. Machen wir das so. Wow. An sich ist das... Jetzt muss ich mal gucken. Ich hoffe, der wirft nicht die Karte weg. Jawoll. Jetzt können wir erstmal das Board leeren. Ist auch scheißegal. Lee-Way ist auch weg. Aber... Mal gucken, wie er jetzt weitermacht. Problem ist natürlich, dass ich jetzt keine Monster mehr auf der Hand habe. Lee-Way ist weg. Oh, wieder weltliche Ängste. Wie ich es hasse. Und Seelenfeuer hinterher noch. Wow. Er legt aber nichts aufs Board. Jawoll. Na gut. An sich gar nicht so gut, weil ich gebe mir ganz schön viel Schaden. Insgesamt jetzt sechs Schaden direkt mir selber ins Gesicht. Ob das so clever war? Für den Kreuzzug. Ja, da kommt eine Schaderpfote. So, jetzt ist natürlich die Überlegung. Was machen wir? Am besten den Zug. Und erstmal angreifen. Eine Karte ziehen tue ich mal jetzt an dem Fall nicht mehr. Weil ich mich ganz schön weit vom Leben schon runterhauen würde. Okay, er hat eine Karte gezogen. Jetzt rechnet da. Er wird weiter ins Gesicht gehen, ja. Und ich muss mich hier verteidigen. Das ist echt kacke. Ähm. Ja, er hat auch noch Ansturm, Diener. Meine Spotter. Ich muss meine Monster, meine Karten in Spott verwandeln. Das wäre das Beste, was mir eigentlich an sich passieren kann. Okay, passt auf. Dann machen wir den hoch. Der tötet den. Wir greifen den an. So. Verteidiger von Argus wäre jetzt die beste Karte, die ich ziehen könnte. Ah, er coint. Er braucht ja bloß ein Ansturmmonster. Agent und Kommandant. Okay. Oh, das ist nice. Wie viel Schaden mache ich? Reicht noch nicht. Fuck. Das heißt, ich muss das Board weiterhin erstmal leer halten. Und hoffen. Hoffen. Dass ich jetzt nicht verliere. Oh nein. Er hat Leeroy gezogen. Das gibt's nicht. Und dann nochmal überwältigende Macht. Ja. So ist es manchmal. Leider die Runde verloren. Aber ihr seht, es war relativ knapp. Der Gegner hatte ein ähnliches Deck. Also Warlock ist immer noch sehr, sehr, sehr beliebt. Und tja, man kann nicht immer gewinnen. Er hat Leeroy getoppt deckt. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr das Video teilen würdet. Und wenn ihr mehr solcher Guides sehen möchtet, dann haut es doch einfach mal in die Kommentare. Eure Meinung ist mir nämlich wichtig. Bis dann. Euer Matze. Ciao, ciao.